Na so zusammen, hier ist wieder heutzutage und schon wieder für euch in Battle for S.L.W.X. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir sind nämlich mal wieder auf der Windika und wir wollen ein paar Schuhe gambeln hier beim Agonit-Händler. Das ist nämlich das letzte Item, was ich hier noch brauchen kann und blöderweise gibt es das nur bei diesem Händler. Und ihr seht, ich brauche hier noch ein einziges. Ich habe mir schon ein paar Sachen vorgefarmt. Man kann ja leider immer nur so eine Weekly-Quest, wie es schon heißt, einmal die Woche machen, beziehungsweise zwei Stück. Und da habe ich mir schon ein bisschen Agonit gefarmt. Und dass wir nicht overcappen, weil das ist hier immer auf 2000 gecappt, habe ich mir die schon gekauft. Fünf Stück haben wir hier und bei ein paar Twings haben wir auch noch ein paar. Wir kriegen also auf jeden Fall die zehn Stück zusammen. Und drückt mir diesmal die Daumen, die Chance ist, glaube ich, irgendwas 1 zu 37, dass die Schuhe drin sind. Okay, Nummer eins war nichts. Nummer zwei kommt bitte. Nein, das sind aber die falschen, oder? Ja, das sind die falschen Schuhe. Das ist nur ein Zweit-Transmog. Okay, ich hatte jetzt kurz Hoffnung. Wenn der Sound kommt, dann habe ich zumindest irgendeinen Transmog. Aber es gibt ja auch Sachen, wo man die Vorlage schon hat, aber man sie durch andere Items noch kriegt. Oh mein Gott, sie sind halt drin, die Schuhe. Okay, das ist natürlich jetzt gut und gleichzeitig blöd. Warte, das sind sie jetzt wirklich gewesen, oder? Ja, okay. Nice, ich habe die Schuhe. Also einerseits ist das gut, andererseits ist es jetzt blöd, weil ich kann mir noch andere Sachen kaufen. Also ich habe die vor ein paar Tagen schon gekauft, diese ganzen Tokens. Und deswegen kann ich es nicht zurückgeben. Wenn wir jetzt hier drüber fahren, hier bei den anderen Sachen, habe ich immer 100%. Mir wurde aber gesagt, bei den Schultern kann ich anscheinend auch die Xavier-Schultern rauskriegen. Zumindest wurde das behauptet. Und ja, deswegen würde ich mir dann, ja, mit einem Twink habe ich, glaube ich, jetzt muss ich mal gucken, da habe ich mir auch, glaube ich, die Schuhe schon gekauft. Aber bei einem paar anderen Shards habe ich mir die Tokens noch nicht ausgegeben. Ja gut, jetzt haben wir hier halt nochmal ein paar Schuhe. Die können wir jetzt mal noch einsetzen. Und schauen, vielleicht kriegen wir noch irgendeinen Zweit-Transmog. Ich habe zwar das meiste Zeug aus Legion, ne, sieht schlecht aus, okay. Die Geschichte ist nämlich, aus diesen Tokens hier, ne, auf der Windika, können halt theoretisch alle möglichen Items aus komplett Legion rauskommen. Deswegen ist der Pool an Items doch relativ hoch. Und mir wurde gesagt, dass auch die Xavier-Schultern eine Möglichkeit gibt, dass die da proggen können. Irgendwie zeigt es mir das Add-on jetzt nicht ein, aber ich habe vielleicht auch nicht alles eingestellt. Ich habe gerade ein paar Sachen umgestellt, weil ich mir zum Beispiel auch noch Quests und solche Sachen anzeigen lassen will. Das kann vielleicht auch daran liegen. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 5 plus 3 müssten 8 sein. Wir haben noch 2 aufzumachen, deswegen locken wir jetzt kurz um hier auf 2 Twink-Chars, die auch noch ein paar Münzen rumliegen haben. Und wir kaufen jetzt einfach mal die Schultern und vielleicht haben wir Glück. Ja, vielleicht haben wir Glück. Bis zum nächsten Mal informiere ich mich dann auch nochmal, ob die Schultern wirklich drin sein können. Also wie gesagt, vom Stream haben es ein, zwei Leute behauptet, das Add-on zeigt es nicht an. Muss ich mal nochmal vielleicht auf www.head mich informieren. Und dann werden wir vielleicht hier weitermachen mit den Schultern, denn die droppen bei Xavier relativ schlecht. Ich bin das ja jede Woche zumindest mit Main, beziehungsweise oft noch mit 1, 2 Twinks am Farmen. Und ja, bis jetzt wollten sie nicht. Aber das freut mich, dass ich jetzt hier die Schuhe gekriegt habe. Unverhofft, ich dachte, das dauert noch länger. Sehr, sehr nice. Und jetzt können wir hier aber bei ihm die Schultern kaufen. Also das zeigt jetzt auch hier 100% an. Also eigentlich dürften sie laut dem Add-on nicht drin sind. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, das sind Schultern, die wir nicht brauchen. Und dann haben wir jetzt hier noch einen anderen Schar. Der müsste auch noch genau, ja genau, ein Ding kaufen können. Dann kaufen wir uns nochmal Schultern. Dann schauen wir mal. So, dolla. Und, was ist da drin? Okay, auch wieder irgendwas, was ich schon hatte. Da habe ich sogar allen Transmog, seht ihr da? Jedes einzelne zweites Transmog-Item. Nicht schlecht. Gut, das war es mit dem kleinen Opening. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Item haben wir drin gehabt. Jetzt muss ich theoretisch den Mist hier nicht mehr machen. Wie gesagt, ich informiere mich jetzt nochmal, ob die Schultern vielleicht doch drin sein können. Wer da recht hat, müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es das Format dann weiter, wenn die Schultern mit dabei sind. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann schauen wir mal. Fahr mich noch ein paar andere Sachen. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.